Herr Wiedermann. Was? Er ist wieder da. Wenn einer ein Gebieten hat, so ist es mein und ein Schlecht. Ich bin ein freier Bürger. Ich kann denken, was ich will. Ich habe das Recht, überhaupt nichts zu denken. Sie möchten nicht groß sein? Nein! Nein! Ich will jetzt nur noch, dass Sie mich um Zündhölzchen bitten.